Wenn du das Gewicht dichter hast, genau hinten bis runter und den Rücken anspannen. Kopf nach oben. Immer nach oben gucken und aufstehen. Und jetzt hoffen wir. Versuchen wir, über das Gesäß runter zu gehen. Du fängst an, über das Gesäß abzufedern. Das ist wie der Deadlift vorneweg. Jetzt eine Rückerübung am Anfang. Und runter. Ja, war schon das. Noch einmal. Du musst ein bisschen dynamischer aufstehen. Damit du entsprechend runter gehen kannst. Lass die Ellbogen oben auf die Schulter hin. Dichtanz. Genau. Und hopp. Der war nichts. Ja, weil du zu früh anzogen hast. Ja. Okay, noch mal. Ja, okay. Lass die Arme lang am Anfang. Nicht zu früh anziehen, das Haus jetzt gerät. Selber vor das Knie. Lang lassen. Und runter. Perfekt. Okay. Ja, sehr komplex. Bewegungsablauf ist jetzt nicht so einfach. Kreuzheben kannte ich halt schon. Aber jetzt nochmal mit diesem Umsetzen der Langhantel, kommt man auch schon mit wenig Wiederholungen etwas aus dem Puste. Aber jetzt frage ich natürlich, wieso mache ich das? Richtig. Wollen wir? In erster Linie, um Kraft zu bekommen. Ja. In zweiter Linie natürlich, um den gesamten komplexen Bewegungsablauf von unten bis oben zu trainieren. Damit du tatsächlich genau wie im Wasser diese gesamte Ganzheitlichkeit in der Bewegung natürlich in den Griff bekommst. Auf jeden Fall kombiniert das verschiedene Übungen. Du hast gerade angesprochen den Deadlift. Sicherlich nachdem du ausstößt hast du eine Schulterpresse dabei. Das heißt, durch solche komplexen Übungen kombinierst du verschiedene Übungen ineinander. Und das hat eine hervorragende Möglichkeit, dich selber zu trainieren, die Bewegungskondition zu trainieren und Voraussetzungen zu schaffen. Auch zum Beispiel für den Start, aber auch für Wenden und für diese Übungen. Ja, jetzt war ich natürlich jetzt auch nicht ohne Anleitung. Und ich bin mir sicher, dass du das auch niemandem zum Erlernen empfehlen würdest, ohne professionelle Anleitung solche Übungen zu trainieren. Da gibt es natürlich auch in den Fitnessstudios und überall gibt es entsprechende Fitnesstrainer. Letztlich sind diese einzelnen Übungen, die wir kennen, wie ich gerade gesagt habe, Deadlift oder so, sind einzelne Teilaspekte dieser gesamten Übung. Die fängt natürlich an als erstes zu trainieren. Wenn man die dann sicher drauf hat, wird nachher einzelne Kombinationen davon gemacht, bis von dann ganz am Schluss eben die gesamte Übung, bis man das Gewicht zur Hochstrategie gebracht hat. Natürlich ist nicht derjenige automatisch Weltmeister, der hier das höchste Gewicht schafft, sondern das ist eine Leistungsvoraus, eine Zubringerübung, damit man irgendwann mal zumindest im Sprint- und Mittelschrittbereich erfolgreich haben kann. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir Kraft auch nur durch Krafttraining steigern können. Das ist der Punkt. Wenn ich Kraft bekommen möchte, muss ich Kraftübungen machen. Das heißt also, auch ein Golfspieler oder Handballer muss entsprechend für Krafttraining die gleichen Übungen machen. Auch wenn sie im spezifischen Bereich natürlich andere Bewegungsabläufe haben. Aber Schnellkraft und irgendwie Schnellkraftübungen oder wenn wir mehr Kraft brauchen im Maximalbereich, ein bisschen Maximalkraftübungen machen. Ja, also das heißt ohne eine Langhantel oder ohne Handeln kommt man wahrscheinlich nicht so weit. Und ja, man muss sich ein bisschen die Hände schmutzig machen auch tatsächlich. Und ich habe wieder was Neues gelernt. Tatsächlich hochkomplexe Übungen und ich freue mich schon auf die nächsten Übungen mit dir. Wir bedanken uns erstmal bei euch fürs Einschalten und macht's gut. Bis bald von uns beiden. Ciao, ciao.